Viele neue Geschäftsmodelle beruhen auf den neuen digitalen Möglichkeiten. Dadurch werden ganze Branchen komplett umgewälzt. Nicht nur Autohersteller werden so plötzlich zu Softwarekonzernen, auch Autos zu neuen mobilen Betriebssystemen. Nun funktionieren digitale Geschäftsmodelle ja ganz anders als klassische Produktion. So prallen in großen Konzernen plötzlich zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Und gleichzeitig wird die Digitalisierung in den meisten Unternehmen mit Macht vorangetrieben. Wie kann die Digitalisierung von klassischen Produkt- und Produktionsunternehmen gelingen? Stefan Wilhelm kommt aus einem solchen klassischen Konzern, der jahrzehntelang stolz darauf war, herausragende hochwertige Medizintechnologie aus ganz handfestem Metall und Plastik zu fertigen. Er war ja lange Entwicklungs- und Innovationsleiter im Medizintechnikkonzern Stryker hier in Freiburg. Heute leitet er die Transformation des noch nicht einmal ein Jahre jungen Business Unit Digital. Von dort aus soll er einen Weltkonzern mit über 45.000 Mitarbeitenden digitalisieren und so die Digitalisierung vorantreiben. Lieber Stefan, herzlich willkommen im Coaching-Zentrum Freiburg bei uns hier heute. Schön, dass du da bist. Hallo Peter, schön, dass ich hier sein darf. Lieber Stefan, als erstes interessiert mich, was hat eigentlich Stryker in den letzten Jahren dazu gebracht, obwohl Stryker ja unglaublich erfolgreich war, trotzdem zu sagen, wir müssen jetzt noch mal was komplett ändern und die Digitalisierung mit Macht durch eine ganz eigene Business Unit, die neu gegründet wurde, voranzutreiben. Ich glaube, das ist sicher eine strategische Entscheidung. Natürlich ist es sehr viel leichter, aus einer Position der Stärke heraus zu operieren, als eben zu spät dran zu sein. Ich glaube, man kann mit Recht sagen, dass insgesamt die Medizintechnikbranche als Ganze, was Digitalisierung angeht, nicht gerade an erster Stelle steht. Wir sind da eher so ein bisschen hinten dran und das gilt sicherlich auch für Stryker. Wir sind noch nicht wirklich miteinander vernetzt und das ist eine Erwartungshaltung, die aus vielen Bereichen auf uns hereinbricht. Zum einen erwarten das die Kunden von uns, zum anderen aber auch die Regulierung solcher Lösungen zu schaffen. Ich glaube, genau darum geht es. Heißt das eigentlich, dass ich mir ein zukunftsfähiges Krankenhaus in zehn, 15 Jahren so ähnlich vorstelle wie ein Auto, das sozusagen ein großes Betriebssystem hat, wo alle verschiedenen Funktionalitäten in einer digitalen Plattform zusammengeführt sind und alle verschiedenen einzelnen Operationssysteme, Operationssäle sozusagen dann vernetzt sind in einer Software? Ich glaube, der Vergleich mit dem Auto hinkt vielleicht ein bisschen, aber die Idee ist absolut die richtige. Ich glaube, es geht letzten Endes darum, dass man wegkommt davon, einzelne Prozesse und einzelne Prozessschritte dessen, was im Krankenhaus so passiert, zu betrachten, sondern dass man wirklich versucht zu verstehen, den Patienten in den Vordergrund rückt und für den Patienten von Beginn dessen, was für den Patienten eben wichtig ist, bis zum Ende eine durchgängige Lösung zu schaffen. Mit allen Komponenten, mit allen Teilen, die da drin zusammenwirken. Was war dein größter Erfolgsmoment, über den du dich am meisten gefreut hast? Sei es jetzt entweder in den kurzen paar Monaten, in denen du jetzt in dem neuen Team unterwegs bist oder vielleicht auch in vergleichbaren, ähnlichen Situationen vorherigen Teams. Als das Team zu einem Punkt, wir waren tatsächlich, wir hatten einem Kunden was versprochen, da soll in wenigen Wochen etwas geliefert werden und wir haben gemerkt, es wird jetzt verdammt knapp. Und statt sozusagen dem klassischen Weg, der Projektleiter, der Vorgesetzte geht zu dem Team hin und sagt, man guckt, kann ich noch Überstundenanträge schreiben? Was kann ich tun, damit wir eben jetzt diesen Meilenstein erreichen können? Was genau andersrum? Das Team kam zu mir und hat gefragt, du, wir sehen, dass wir jetzt mit der Entwicklung soweit eigentlich ganz gut vorangekommen sind, aber jetzt geht es tatsächlich ans Testen und unsere Testressourcen reichen jetzt gar nicht mehr aus, um das alles umsetzen zu können. Dann kam also die Softwareentwickler zu mir und haben gefragt, können wir nicht auch testen? Das Team denkt in Produkten. Das Team sieht, okay, was kann ich jetzt als nächstes leisten, damit ich für meinen Kunden eine gute Lösung abbilden kann? Und tatsächlich haben wir seitdem einen Rhythmus etabliert mit dem Team, der in einer deutlich höheren Frequenz, als wir das bisher gewohnt haben, immer wieder geliefert, immer wieder in kleinen Instrumenten geliefert hat und auch immer wieder geschaut hat, okay, was kann ich jetzt tun, um so schnell wie möglich wirklich einen Mehrwert für meinen Kunden zu erzeugen? Was sind so die ein, zwei, maximal drei zentralen Punkte, wo du sagst, damit so ein digitaler Wandel erfolgreich ist und dieser Wandel eben vom Produkt zum Softwareunternehmen gelingt, was sollte man ganz besonders beachten? Das ist natürlich eine extrem schwierige Frage. Ich glaube, ich würde damit anfangen, wirklich mir die Frage zu stellen, was will ich denn eigentlich erreichen? Ich habe das zu Beginn so ein bisschen beschrieben. In unserem Fall geht es tatsächlich darum, diesen Gesamtprozess zu begreifen und viele Dinge zusammenzuführen. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, dass man sozusagen strategisch versteht, was möchte ich eigentlich tun? Und daraus leiten sich natürlich dann auf der Arbeitsweise, auf der Produktseite ganz, ganz viele Konsequenzen ab. Eben nicht zu sagen, naja, ich muss mich digitalisieren, der Digitalisierung will. Ich habe vorhin auch versucht, so eine Definition zu geben, wo ich gesagt habe, naja, digital is not a thing. Digitalisierung oder digital ist sozusagen ein Weg, Mehrwert für den Kunden zu erzeugen. Und das ist, glaube ich, der Startpunkt. Man muss sich wirklich erstmal im Klaren darüber sein, was will ich mit Digitalisierung eigentlich erreichen? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dann geht es wirklich, also wenn ich das begriffen habe, wenn ich das auch formulieren kann, wenn ich dazu auch eine klare Strategie formulieren kann. Und die muss ich auch formulieren können, weil sonst glaubt mir das intern und natürlich extern sowieso, wird mir das keiner abnehmen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, mit dieser Strategie anzufangen. Wenn die etabliert ist, dann kann man sich als nächstes tatsächlich Gedanken darüber machen und wo, wie komme ich jetzt da hin? Also wie komme ich von Strategie wirklich auf die, auf die Tun-Ebene? Und das hat dann viel eben mit Aspekten zu tun, wie eben mit den Arbeitsweisen. Und wenn wir bei den Arbeitsweisen sind, haben wir eben lange darüber gesprochen, dann geht es vor allem in die Kultur, weniger in die Mechanismen. Und wenn wir jetzt gerade diesen Punkt nochmal aufgreifen, also diese agile Kultur, Denkweise, Arbeitsweise zu etablieren, wenn du da auch nochmal guckst, was ist die zentrale Empfehlung, die du Unternehmen mitgeben würdest, die sich auf diesen Weg machen? Was legt den, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, was legt den Schalter um? Also was ist der größte Hebel, um bei diesem Mindset-Shift, bei dem Kulturschiff tatsächlich was bewegen zu können? In ja oft klassischen, sehr erfolgreichen und damit auch in einer gewissen Weise festgefahrenen Kulturen? Ich glaube, sowas steht und fällt immer mit der Fähigkeit, Geschichten erzählen zu können. Und eine Geschichte erzählen zu können, fängt damit an, dass man tatsächlich, und deswegen gehe ich nochmal zurück auf diese Idee von einem Lighthouse-Team. Ich muss in der Lage sein, überzeugen zu können mit einer Idee, mit einer Vision und einem konkreten Beispiel in der Hand, das funktioniert. Denn es bedeutet natürlich, dass ich viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Und am besten kann ich Leute überzeugen, wenn ich eine gute Geschichte erzählen kann, eine glaubhafte Geschichte erzählen kann, eine Geschichte erzählen kann, die auch zu mir passt. Wenn ich jetzt sage, naja, es gibt viele Industrien, die das schon gemacht haben oder es ist Stand der Technik in Google, in Amazon, wo auch immer, dann werde ich sofort immer hören, naja, die können das tun. Bei uns wird es aus folgenden Gründen nicht funktionieren. Deswegen ist wirklich meine größte Empfehlung, glaube ich, zu schauen, eben, und das war auch der Grund, was ich eben gemacht hatte, bevor ich überhaupt jetzt diese Rolle wahrgenommen habe. Und wahrscheinlich auch vielleicht mit einer der Gründe, warum man mir diese Aufgabe jetzt gegeben hat. Ich habe eben in dieser kleinen Insel tatsächlich gezeigt, das kann funktionieren. Man kann das schaffen, das gilt auch in unserer Welt, das gilt auch in diesem regulierten Bereich. Man kann das auf die Reihe kriegen. Ja, welche dieser Herausforderungen hast du wiedererkannt aus deiner Organisation? Welche kennst du? Aber auch, welche Impulse von Striker haben dich besonders angesprochen? Was könnte euch bei eurer Digitalisierung, in eurem Team oder euren ganzen Organisation vielleicht weiterhelfen? Wenn du Lust hast, dieses Thema weiter zu vertiefen, dann komm doch einfach am 27. und 28. April hier zu uns nach Freiburg zum Kongress Zukunftsfähige Organisationen gestalten. Dort wird Stefan Wilhelm mit zwei seiner engsten Transformationskollegen von Striker einen vertieften Workshop halten, an dem du noch alle Fragen, die dich bewegen, stellen können wirst und wahrscheinlich auch ganz viele andere Inspirationen bekommen kannst. Außerdem gibt es viele innovative Workshops zu den acht Erfolgsfaktoren der Zukunftsfähigkeit, garniert mit eigenen innovativen Zukunftslaboren, mit Co-Creation Methoden zur gemeinsamen Gestaltung eurer Zukunft. Die Berichte von Striker haben, finde ich, sehr gut illustriert. Der Wandel durch Digitalisierung ist nicht zu unterschätzen. Es braucht Mut, Kraft und auch Durchhaltevermögen. Aber er lohnt sich. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei der sorgfältigen Ausrichtung eurer Strategie. Und dann vor allem bei der mutigen, nachhaltigen Umsetzung. Viel Erfolg und viel Kost.